Ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr Notizzettel aus der Notiz-App ganz einfach und simpel auf den Schreibtisch pinnen könnt. Dazu müsst ihr hier die Notiz öffnen und dann ist es eigentlich ganz simpel. Müsst ihr die Notiz hier einfach, die ihr gestellt habt an der Seite, müsst ihr einen Doppelklick drauf machen und dann habt ihr hier schon den Notizzettel, die App könnt ihr dann schließen und den könnt ihr dann hier frei auf dem Bildschirm oder auf dem Schreibtisch positionieren. Die Größe könnt ihr natürlich auch verändern und auch die Notizen könnt ihr welche hinzufügen oder löschen, die ihr erledigt habt. Den Notizzettel könnt ihr natürlich auch löschen, indem ihr hier oben auf das kleine X klickt und minimieren könnt ihr den auch und natürlich auf dem ganzen Bildschirm ausbreiten und hier unten könnt ihr die Notiz löschen oder teilen und ja, das war's dann von dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao! Ciao! Ciao!